Heute erzähle ich euch die Siggi-Kitt-Geschichte vom kleinen Frosch und seiner großen Angst vor Wasser. In der Nähe eines wunderschönen klaren Sees in den Bergen lebt ein kleiner Froschjunge. Er ist grün, hat große aufgeweckte Augen und heißt Fränzchen. Fränzchen hüpft gern durch das Gras, singt gerne lustige Froschlieder und ist eigentlich ein ganz normaler Froschjunge. Wenn, ja wenn er nicht Angst vor Wasser hätte. Da traue ich mich nicht rein, sagt Fränzchen, als er am Ufer des Sees steht. Das Wasser sieht für ihn so fremd aus, so ungewohnt, so unsicher. Ach komm Fränzchen, du schaffst es, ruft ihm seine Froschmama zu, die auf einem Seerosenblatt im See sitzt. Fränzchen wäre gerne auch auf einem Seerosenblatt, aber er traut sich nicht. Nein, 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 schüttelt er den Kopf. Dann sink ich doch ein. Aber du kannst doch schwimmen, Fränzchen, du bist ein Frosch. Schwimmen geht ganz leicht, meint seine Froschmama. Aber Fränzchen glaubt nicht, dass er schwimmen kann. Er bleibt am Ufer stehen und schaut ängstlich auf das Wasser und sagt noch einmal, nein, 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 da traue ich mich nicht rein. Da kommt eine Ente vorbeigeflogen und landet mitten auf dem See. Sogleich entstehen kleine Wellen, die die Oberfläche des Wassers bewegen. Das macht Fränzchen noch mehr Angst. Alles wankt, alles schwankt, ruft er. Sieht viel zu wackelig aus. Und als er sieht, wie eine kleine Welle auf ihn zukommt, macht er einen großen Sprung und ist mit einem Nu im Gebüsch verschwunden. Nein, 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 in so einem wackeligem Wasser, da will er nicht sein. Am nächsten Morgen ist Fränzchen wieder am Ufer des Sees. Heute ist sein Froschpapa bei ihm. Komm Fränzchen, ich zeig dir, wie man ins Wasser geht, sagt er aufmunternd. Nein, 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 antwortet Fränzchen, ins Wasser, da gehe ich nicht rein. Du wirst schon sehen, es ist ganz leicht. Und dann macht es ihm Papafrosch vor. Mit einem großen Sprung höpft er in den See hinein, mitten ins tiefe Wasser und ist verschwunden. Fränzchen sieht ihn nicht mehr. Dafür sieht er ein paar Blubberblasen. Kurz darauf taucht sein Papa lachend aus dem Wasser auf. So, jetzt bist du dran und winkt seinem Sohn zu. Fränzchen blickt auf das tiefe Wasser und schüttelt den Kopf. Nein, 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 ins tiefe komme ich nicht rein. Du kannst auch ins flache Wasser kommen, schlägt ihm Papafrosch vor. Fränzchen schaut sich auch das flache Wasser an. Aber auch das sieht so fremd, so ungewohnt aus. Was ihn da wohl erwartet? Fränzchen will es erst gar nicht ausprobieren. Nein, 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 sagt er und verschränkt seine Arme. Ich will nur hier am Ufer sein. Am Ufer des Sees, da fühlt sich Fränzchen sicher. Hier hat er auch gar keine Angst. Hier kann er spielen und nach schönen Kieselsteinen suchen. Er kann über Steine hüpfen oder auf einer herumliegenden Wurzel balancieren. Er kann im Sand kleine Sandkuchen backen und Sandburgen bauen. Hier am Ufer, da fühlt er sich wohl. Fränzchen, seufzt Papafrosch, du bist jetzt schon ein großer Frosch, Junge. Es wird wirklich Zeit, dass du schwimmst. Du kannst nicht für immer nur am Ufer sein. Doch Fränzchen sieht das ganz anders. Wenn er ans Wasser denkt, fühlt er sich gar nicht groß. Da fühlt er sich klein, ängstlich und schüchtern. Und so sagt er wieder, nein, 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 ins Wasser, da gehe ich nicht rein. Am nächsten Tag geht Fränzchens Tante mit dem Froschjungen zum See. Komm, Fränzchen, sagt sie und reicht ihm die Hand. Lass uns im See schwimmen. Ich kann nicht schwimmen, antwortet Fränzchen. Als du noch klein warst, erzählt Tante Frosch, da bist du ganz viel geschwommen. Da warst du noch eine Kaulquappe. Du hattest gar keine Angst vor Wasser. Das hast du vielleicht vergessen. Aber wenn du ins Wasser gehst, wirst du dich wieder daran erinnern und du wirst merken, wie schön es im Wasser ist. Aber Fränzchen kann ihr das gar nicht glauben. Er sieht seine grünen Arme an und seine grünen Froschbeine. Ich war gar keine Kaulquappe, meint er. Und nein, 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 ins Wasser, da gehe ich nicht rein. Da seufzt seine Tante. Auch sie kann den kleinen Froschjungen nicht dazu überreden, ins Wasser zu hüpfen. Und während Fränzchen schließlich im Sand am Ufer des Sees spielt, unterhalten sich die Erwachsenen im Schatten eines Baumes. Was machen wir nur? fragt die Froschmama besorgt. Fränzchen muss doch schwimmen. Er ist doch ein Frosch. Und er ist alt genug, fügt Papa Frosch hinzu. Alle anderen Froschjungen schwimmen schon längst. Doch keiner der Erwachsenen weiß, wie sie Fränzchen helfen können, seine Angst vor dem Wasser zu verlieren. Ja, das können sie als Erwachsene auch gar nicht wissen. Denn manche Dinge, die können nur Kinder. Und was ich damit meine, das wirst du gleich hören. An einem besonders heißen Tag im Juni hört Fränzchen laute Geräusche vom See her kommen. Er hört ein Lachen und Kichern, ein Quiegen und Jauchzen, ein Plätschern und Platschen. Es hört sich nach unglaublich viel Spaß an. Neugierig hüpft Fränzchen zum See und betrachtet gespannt, was hier wohl passiert. Eine Gruppe Froschkinder tollt im Wasser herum. Es sind bestimmt 20 kleine Frösche. Sie spielen im Wasser, baden, tauchen, schwimmen, jauchzen, jubeln und haben große Freude. Sie machen Saltos und Purzelbäume ins Wasser, springen von Seerosenblatt zu Seerosenblatt, spritzen sich gegenseitig nass, schwimmen um die Wette und erkunden tauchend den Boden des Sees. Immer wieder hört Fränzchen fröhliches Gekicher und munteres Lachen. Die anderen Kinder haben richtig viel Spaß, seufzt Fränzchen und ist ein kleines bisschen neidisch. Da sieht eines der Froschkinder den Froschjungen am Ufer stehen. Hey du, ruft es ihm zu, magst du mit ins Wasser kommen? Aber Fränzchen schüttelt den Kopf. Nein, 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 sagt er. Ins Wasser, da trau ich mich nicht rein. Und die Froschkinder spielen weiter. Ein paar Frösche haben entdeckt, dass man auf den Seerosenblättern wie auf einem Trampolin hüpfen kann. Was haben die für einen Spaß? Andere Froschkinder liegen mit dem Rücken auf dem Wasser und es sieht aus, als würden sie auf dem Wasser schweben. Sie lassen die Sonne auf ihre Bäuche scheinen und lächeln glücklich und zufrieden. Da sieht ein anderes Froschkind den Froschjungen am Ufer stehen. Hey du, ruft es, kommst du auch? Es macht richtig viel Spaß. Fränzchen schüttelt traurig den Kopf. Nein, 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 ins Wasser, da trau ich mich noch nicht rein. Aber eigentlich wäre Fränzchen sehr gerne bei den anderen Kindern im Wasser. Er hätte auch gerne so viel Spaß und Freude. Nur hat er immer noch nicht den Mut. Oh, was ist das? Ein paar Froschkinder haben ein großes Stück Rinde gefunden. Darauf befestigen sie einen kleinen Stock wie den Mast eines Bootes. Lasst uns Piraten spielen, rufen sie begeistert. Und das hier ist unser Boot. Jetzt wird es spannend. Aus einem großen Blatt wird ein Segel gebastelt. Die Piratenfrösche nehmen ihre Position auf dem Boot ein. Das Abenteuer kann beginnen. Land in Sicht, rufen sie nun. Da muss eine Schatzinsel sein. Werft den Anker. Also eine richtige Schatzsuche. Jetzt kann Fränzchen nicht mehr anders. Er kann einfach nicht länger am Ufer stehen und zugucken. Er muss ins Wasser, um bei diesem Piratenabenteuer dabei zu sein. Zuerst steckt er vorsichtig einen Fuß ins Wasser. Hm, ist gar nicht so schlimm, stellt Fränzchen zufrieden fest und steckt nun vorsichtig auch seinen zweiten Fuß ins Wasser. Er wartet kurz. Aber es passiert immer noch nichts Schlimmes. Ganz im Gegenteil. Es fühlt sich richtig gut an, hier im Wasser zu stehen. Und dann steckt Fränzchen seine Hand ins Wasser. Eigentlich, sagt er, ist es ganz schön hier. Und da, während er noch vorsichtig seine Hand ins Wasser taucht, wird er von einem der Froschkinder nass gespritzt. Eine ganze Ladung Wasser landet auf seinem Rücken. Aber es fühlt sich angenehm an, erfrischend und tut richtig gut an so einem heißen Tag. Hey, du, ruft Fränzchen laut. Das Froschkind, das ihn nass gespritzt hat, grinst ihn frech an. Fränzchen grinst noch frecher zurück. Und dann macht er einen Sprung und hüpft ins tiefe Wasser. Ich, ich kann schwimmen, ruft Fränzchen laut, als er merkt, dass ihn das Wasser trägt, während er seine Arme und Beine bewegt. Na klar kannst du schwimmen, lachen die anderen Froschkinder. Was hast du denn gedacht? Du bist doch ein Frosch. Staunend schwimmt und taucht Fränzchen durch das Wasser. Es fühlt sich gar nicht fremd an, sondern auf seltsame Weise vertraut. Er erinnert sich an das, was seine Tante ihm sagte. Als du noch eine kleine Kaulquappe warst, bist du ganz viel geschwommen, hatte sie gesagt. Und Fränzi merkt, dass es stimmt. Das Wasser fühlt sich gar nicht unheimlich an, sondern bekannt und vertraut. Und richtig schön. Und plötzlich ruft jemand, Piraten ahoi. Fränzchen steckt seinen Kopf aus dem Wasser. Vor ihm fährt das Piratenboot, das die Froschkinder gebaut haben. Ich will mitspielen, ruft Fränzchen. Na dann komm an Bord, rufen ihm die Piraden zu. Das macht Fränzchen. Und dann, dann ist er nicht länger Froschjunge Fränzchen, sondern er ist der abenteuerliche Piradenkapitän Franz Froschbart, der mit seiner Mannschaft gerade nach dem vergrabenen Goldstadt sucht. Ein großes Abenteuer erwartet ihn. Es ist so spannend, dass Fränzchen gar nicht bemerkt, wie die Zeit vergeht. Und als am späten Nachmittag die Froschkinder alle nach Hause gehen, hüpft Fränzchen überglücklich zu seinen Eltern. Mama, Papa, erzählt er, ich war heute im See, im Wasser. Ich habe mich getraut, so ganz, ganz Tiefe. Da sind seine Froscheltern aber froh. Gratuliere, rufen sie ihm zu. Und ich habe einen Schatz entdeckt, erzählt Fränzchen. Es gab Haie im Wasser und es gab Möwen am Himmel und es gab einen heftigen Sturm. Unser Boot wäre fast gesunken. Doch wir haben es noch rechtzeitig auf die Schatzinsel geschafft und dort auf der Insel krochen gefährliche Krokodile herum. Und da war auch ein Vulkan und eine Tropfsteinhöhle, erzählt Fränzchen, aufgeregt und ganz begeistert. Und während er erzählt, schauen sich Froschmama und Froschpapa verblüfft an. Was? Haie und Krokodile und Vulkane, fragen sie? Hier in unserem Gebirgsee? Und da fängt Fränzchen an zu lachen. Ja, und genau das ist der Grund, warum es manche Dinge gibt, die nur Kinder können und keine Erwachsenen. Weil Kinder ganz viel Fantasie haben. Und Fantasie, davon hast du bestimmt auch ganz viel. Oder?